Nein, 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 das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Das ist ein Kolscher. Kiefer nicht. Nimmt er dir die Hand weg. Nimmt er dir die Hand weg. Sind die schnell? Meint ihr nicht? Ja. Die kleinen Dinger, alter Schwede. Das ist gar nicht so hart, oder? Alter, was ist denn das für ein Gerät, ey? Das ist nicht der Lass. Das ist so ein Dinger bauen, die ich weiß, ey. Lass ihn ziehen. Lass ihn ziehen. Au. 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 Bei der gistigen Ginger, ey. Ja, wir müssen irgendwie... Soll ich den Apfel an die Wand werfen? Ist wichtig. Und wir rufen. Oho, hohohohohoho. Hahaha, ist gleich süß. Oh, breitkatsch, kein Scheiß. Die Halloween international sind dieses fuck, wir sind Apellei. Wenn es jetzt frisches Essen wäre, würde ich das verstehen, aber es wäre jetzt sowieso weggeworfen worden. Boah, das ist zitterend. Ich weiß nicht. Ich muss schneiden. Ich schreibe es in die Kommis. Achso, das schneidet. Ich muss schneiden. Die steht doch ganz woanders, Dicker. Was passiert denn jetzt hier? Die steht oben auf der Empore. Ah, wird erstmal gut gefallen. Und außerdem, selbst wenn die davon was, das fände ich sogar noch lustig, wenn die davon was abkriegen würden. Das ist von daher, das ist ein Trailerpark-Konzert. Ne, die Puff-Fighters treten auf. Ach, du filmst hier schon mal. Ich filme hier schon, glaube ich. Ja, warte, ja. Ja, ich filme schon. Soll ich was wirklich machen? Weiß ich nicht. Jetzt hat Alligator mir hier, redet mir hier so. Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen abgefuckt, wenn ich es ab... Aber trotzdem ist es auch... Also, ich bin zwiegespalten. Vortex. Vortex entscheidet. Okay. Er ist sich noch nicht... Vortex. Er ist noch nicht im Reinen. Was meinst du, machen oder nicht machen? Ja, ich fänd's cool. Ja, ein Mal kann man sowas mal machen. Ja, bin ich wohl überstimmt. Guck mal, film mal den... Ich enthalte mich. Aber es ist eh schon vorbei jetzt. Die gefährlichste Crew. Jetzt macht das doch Sinn, die gefährlichste Crew. Man weiß nicht, was richtig. Alter. So ein Burrito... Sag dazu, das ist uraltes Essen, ne? Das ist alles von vorgestern. Das haben wir aufbewahrt. Ich hab dem Buswahrer... Unter der Heizung, ne? Ich hab unserem Buswahrer extra gesagt, dass er das Essen wie ein Künstler behandeln soll. Den verstehe ich nicht. Und das hat er auch gemacht. Den verstehe ich nicht. Können auch einen Polenböller reinmachen. Oder geht das zu weit? Akkurat. Akkurat. Ich hab ihn nicht. Vielen Dank.